Ja, der beste Beat. Hey Leute, willkommen zurück zu Subnautica. Erstmal was mampfen. Folgendes passiert, ich habe 30 Minuten Aufnahmesession verloren, aber auch Spielstand auch. Pass auf, tolle Story. Ihr glaubt mir das nie. Wir waren beim Greenhouse, also bei dieser Marthau oder wie die heißt und bin dann zurück. Wir fahren da gleich nochmal hin, wir bauen aber jetzt erst Sachen. Bin zurückgefahren, unterwegs habe ich mein Lagermodul von meinem Seatruck, weil ich mit dem Franz draufgesprungen bin. Das hatte kommen Energie, toll, oder? Und dann ist Franz runtergefallen, der muss gegen so eine Seeschlange kämpfen, die Welt ist explodiert. Ich habe Leute gerettet, eine Meldtraum-Schlacht, Alien-Invasion, alle getötet, alleine. Und dann bin ich zurück. Ich habe die Jukebox angemacht und auf einmal bei einem Lied bleibt die Schallplatte hängen. Ist gesprungen so, sacke, 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 sacke. Nicht bei dem Lied, bei dem anderen, wo gesungen wird. Dann ist das Spiel abgestürzt. Dann muss ich meinen Rechner neu starten, weil nichts mehr gestartet ist. Will Subnautica starten, sagt Steam, ist nicht installiert. Installiert das Spiel auf dem gleichen Pfad, weil die Dateien waren noch da. Geht. Ja, aber es ist genau da, wo unsere letzte Folge aufgehört hat. Ja, blöd. Aber so ist es. So, jetzt pass auf. Folgendes. Ich brauche jetzt als allererstes Gelsäcke, weil die brauchen wir für viele Baupläne, die wir haben. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal zusammen einiges, oder? Und zwar, ähm, müssen wir jetzt hiervon mehr ansammeln. Sammeln. Och, wir sind voll. Okay, warte mal. Gut, dann machen wir jetzt Lagerarbeit. Es stört mich ein bisschen, dass ich so wenig... Das Fenster ist total sinnlos, oder? Es ist so sinnlos, das Fenster. Ich könnte auch... Ah, ich könnte es nicht. Nein, ich weiß nicht. Warte, 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 warte. Also, folgendes. Wir machen jetzt erstmal die Musik an. Swimming mit den Monsters und so. Und räumen erstmal ein. Ah, guck, hier sind noch mehr. Pass auf, die werden wir jetzt alle oben einpflanzen. So. Yeah. Sollte es irgendwann mal eine Aldemar-Con geben? Man weiß ja nie. Ja. Hallo Zukunft. Ja. Sollte es irgendwann eine Aldemar-Con geben, blenden wir diesen... Dieses... Diese Szene ein, ja. Und, äh... Krass. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwann eine Aldemar-Con geben wird. Doch. Wir brauchen die Walter-Con. Ja. Ja. Geil. Was für ein Blödsinn. Wer braucht denn schon eine Con, echt? Wer weiß. Vielleicht bin ich ja irgendwann hier der Superstar, ja? Aber ich bin auch der Beste, also... Ich bin so scheiße. So. Jetzt brauchen wir ganz viel Säcke, ja? So viel Säcke. So wie ich oder ihr, die zusieht. Wer von euch ist so richtig gemütlich gerade am Fläzen vor... So richtig scheppig. Wer ist denn jetzt gerade so richtig scheppig am Zugucken, ja? So richtig Jogginghosen-Chips-Krümel auf dem T-Shirt, ja? Und guckt irgendwie auf dem Bett oder auf dem Laptop, so auf dem Sofa, zu. So richtig geil, ja? Eigentlich gibt es nichts Geileres. Das ist so das Gemütlichste überhaupt. Ja, deswegen scheppig. Nichts geht gegen scheppig. Erstmal ein bisschen schlafen und dann ins Bett und so. Geil. Wir brauchen mehr Boxen! Moment, Moment, Moment. Oh Mann, ich brauche jetzt Mucke. Ich höre in letzter Zeit viel zu wenig Musik, ne? Titan-Kupfer, Sekunde. Es muss sowieso die Pflanzen wachsen. Ob das Spiel sich wieder löscht. Das ist wie bei Zurück in die Zukunft am Anfang, erster Teil. Boom, 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 boom. Ah, geil. Okay, cool. Okay. Das ist schon für leid, aber das war schon ziemlich gut. So, ähm. Äh, das bleibt hier. Notfallzelle. Pass auf, viermal mal... Pass auf. Notfall. Pass auf, hoffentlich explodiert das mal nicht. Das ist halt das Problem. Notfall. Nein, ich will nicht drauf... Notfall das. Notfall trinken. Den setzen wir jetzt woanders aus. Das geht so nicht weiter. Ähm. Und was Notfall zu essen wäre toll, aber... Hauptsache... Ein Medikit, ein Wasser. Ich könnte auch das da reintun. Ist eigentlich egal. Zwei Medikit sind auch okay. 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 Aha. Boah. Okay, so. Jetzt machen wir gleich die Baupläne. Dann seht ihr, was ich meine. Wir bauen den Pinguin. Die Pinguin-Fernbedienung. Wir bauen den Schneefuchs. Wir bauen, äh... Das Teleporter-Abteil. Wir bauen die Teleporter-Fernbedienung. Äh... Da... Ne, ne, da. Okay, so. Pass auf. Jetzt machen wir nochmal kurz den Scanner an. Es tut mir leid. Jetzt wird alles zugespampt hier, aber... Das ist jetzt notwendig, ja? Wir brauchen Blei. Jetzt nicht für das Teleporter-Abteil, aber generell nochmal gucken. Oh, wir brauchen Schlingpflanzensamen. Die Frage ist, wie lange brauchen wir jetzt die Säcke zum Wachsen? Bestimmt einiges an Zeit. Wir müssen mal gucken. Also, äh... Silikongummi haben wir noch. Ich weiß auch wo. In unserer alten Überlebenskapsel. Magnetiz. Sehr gut, sehr gut. Dann machen wir uns mal gerade leer. Das muss auch in den Notfall-Ding ins Box. Wir können wir draußen einpflanzen. Das auch. Ähm... So, jetzt gehen wir kurz da hoch. Ah, das ist alt. Ein alter Fehler, dass die noch leuchten und denken, es wäre Tag. Oldschool. Ach, habe ich jetzt gar nicht mitgenommen, ich trottelt. Guck mal, die sind schon fertig. Ne, 73%. Okay, pass auf. Jetzt gehen wir mal ganz kurz... ...zu unserer alten Überlebenskapsel. Wenn wir die Brücke machen, müssen wir auch durch diese Eiswand mal durch. Da ist es. Okay, so, pass auf. Machen wir das erst mal. Dann suchen wir ein bisschen Blei, obwohl wir das gerade gar nicht mehr brauchen. Aber vielleicht bauen wir noch ein anderes Abteil. Das Schlafabteil oder so. Das Aquariumabteil und, und, und. Obwohl ich gar nicht weiß, wie viel wir andocken können. Ich, ich wette, im Schlafabteil haben wir auch noch eine Kiste. Das wäre halt ganz gut. Nimm alle mit. Ne, das bleibt hier. Man weiß ja nie. So. Äh, Gallen, Gallenit Aufschluss. Sehr aufschlüssig. Ne, die brauchen wir nicht mehr, weil wir haben jetzt ja unser Wasser. Dingens. Das ist noch eins. Wer sagt denn überhaupt, dass ich rumtröte? Das ist Trompeten. Die Leute vergleichen das mit Benjamin Blümchen. Also, ihr habt ja echt einen Knall. Benjamin Blümchen. Das ist eine Kavallerie-Trompete. Ja? Nicht Benjamin Blümchen. Das hört man doch. Militär, Krieg. Ewoks. Ja, selbst die können Trompeten, aber Benjamin Blümchen, das ist schon, das ist schon tiefste Beleidigung. Also, ich selbst fand Benjamin Blümchen nie so toll. Ich hab natürlich nichts dagegen. Es ist, äh, die Benjamin Blümchen-Torte schmeckt außerdem sehr toll. Kann ich nur empfehlen. Ah. Die Benjamin Blümchen-Torte. Ne, war schön. Ein Traum aus Sahne, Chemie und Fett. Benjamin. Der schöne Elefant. Ne, Jonas, ich hab's noch ja, siehst du, ich kann's gar nicht. Mindestens verbinden wir uns damit. Ich nehme alles zurück. Benjamin ist der Beste. Er ist der Beste. Ihr wolltet es nicht anders. So. Da, da. Oh, nur noch 108 Sauerstoff. So was auch. Da müssen wir ja wohl aufpassen. Oh, ich muss noch die Samenbeutel sammeln. Aber gut, machen wir erstmal jetzt mit dem Blei fertig. Oh, da, das muss man auch mitnehmen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Computerchips herstellen müssen. Guck mal, wir haben immer noch genug Luft. Drei-Wetter-Luft. Ich glaube, wir brauchen vier Stück. Das können wir jetzt vergessen. Wir müssen zurück. Wir sind voll. Da ist sie. Unsere Station. Sie ist so wunderschön, oder? Wunderschönus Stationus. Ich habe den schon wieder vergessen, ne? So, jetzt den hier. Einen. Aber da war noch einer. Ah, nee, warte, warte, warte. Der war... Warte mal, wir sind doch... Da hinten. Nee. Haben wir die nicht auch mal angepflanzt? Hä, wo kam ich die jetzt gerade her? Ach doch, haben wir. Aber das ist oben. Über, überm Wasser. Warte Sekunde. Auch nicht. Das ist ja krass. Ich glaube, das ist nicht fertig gewachsen, weil es oben an der Oberfläche ist. Bin ich denn jetzt blöd? Bin ich denn jetzt blöd? Da, ne? Dummer. Jetzt im Handel. Da ist es. Und das war's schon. Komm, ich tu den jetzt wieder hier rein. Den müssen wir irgendwo anders aussetzen. Tut mir leid, ich... Tut mir leid, ich... Ich bin blöd. Ich weiß. So. Die Leute, der war ein bisschen kräftig, der Song. Äh, wir brauchen dafür noch die 4G-Säcke. Sorry, warte, müssen wir kurz leer machen. Haben wir noch, haben wir noch. Dann kann ich doch endlich den Pilz und so rausbringen, ja? Warte, kann ich eigentlich hier oben drauf eine Schleuse bauen? Das wäre doch geil, oder? Das wäre so geil. Äh. Naja, man kann nicht alles haben. Ich weiß, die muss ich eigentlich einpflanzen. So. Das bringt das ja gar nichts. Voll. So. Okay, wir sind wieder zurück. So, also, wir brauchen das. Das machen wir jetzt schnell, dann haben wir Platz. So, dann können wir jetzt theoretisch schon über die Brücke. Aber, ähm... So, Silikon. Ach, eins von drei. Guck mal, ich könnte noch einen machen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon brauche. Komm, wir nimm mal, wir nimm noch ein paar mit. Man weiß ja nie. Scheiß drauf. Ich brauch Silber. Das müssen wir machen. Weil wir müssen gleich Blastschleibaren machen, deswegen ist das schon mal ganz gut. So, dann, äh... Kabelsatz. Noch ein Kabelsatz. Ich weiß ja nicht. Teleporter-Werkzeug. Das brauchen wir für den Teleporter-Anhang. Toi, jetzt haben wir den nicht gehört, okay ich lass mal aus. Süß, oder? So, jetzt machen wir mal alles aus, was wir schon haben. Scheiße. Ne, die haben wir schon, nicht. Und Hydrauliköl. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie viel das war. Oh Mann, zum Kotzen. Äh, wir brauchen ein Schmieröl, ich glaub wir haben noch Schmieröl, ich hab davon immer was auf Tasche gemacht. Da ist noch eins, ein Schmieröl, zack. Und den können wir auch bauen. Da brauchen wir Blasstahlbahnen. Das müssten wir theoretisch aber auch können jetzt. Zwei Lithium. Blasstahlbahnen. Dann brauchen wir Aero-Gel, das müsste eigentlich auch gehen. Oh, da brauchen wir weiter ein Kabel. Dafür brauchen wir... Ähm... Warte mal kurz, hab ich das nicht? Hab ich das nicht? Ein, zwei. Silber. Äh, ne. Gold und Kupfer? Oder war es nur Gold? Bäh. Bäh... 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 Und ein Kupferdraht war es, glaub ich. Oh, guck mal hier. Oh egal, nevermind. Jetzt brauchen wir nur noch Aero-Gel. Wo hab ich das denn alles hingetan? Ach, das waren vier, ne. Aber ich hab doch mehr als vier aufgenommen. Das war draußen oder drinnen? Warte, ist das denn draußen oder da drin, Pflanze? Wir sehen es ja gleich. Ich muss wahrscheinlich noch mal raus. Wir bekommen auch den... Warte, ich baue mal kurz... Parallelprozessor. Brauchen wir ja nicht mehr. Warte mal was, ne? Äh, wo habe ich den noch mal eingesetzt? Wir haben das Funkgerät... Warte, ich baue erstmal den Rest fertig. Das ist so viel, ne? Das ist krass. Da müssen wir jetzt... Wie bauen wir den überhaupt? Ich meine, schwebt das auf dem Wasser? Permanent? Ich muss ja nur mal gerade gucken. Warte, wo habe ich denn jetzt diese schönen... Diese schönen Gehsäcke. Also wir haben anscheinend alle benutzt, oder? Ach guck mal, ich habe auch einen Schwanz von diesen Viechern. Okay, jetzt holen wir uns noch mal ein paar Gehsäcke. Dann haben wir die Folge ja schon fast hinter uns, ey. Das gibt's doch nicht. Ne, keine Sorge, wir spielen noch 10 Minuten. Emergency. Starvation imminent. Ja, ja, locker bleiben. Ne, ist ein Drinnkorb. Okay. Ne, ist ein Drinnkorb. Okay. Ein Drinnkorb. Das geht glaube ich erst, wenn wir ähm... Ein Drinnkorb. Das geht glaube ich erst, wenn wir ähm... Ein Drinnkorb. Irgendwo an Land sind. Okay, dann gucken wir mal. Ich bin doch noch nicht am sterben. Alliho! Ich muss das irgendwo an Land bauen, aber womit? Was? Ich war mal bei so einer Station, aber frag mich nicht, wo ich das Kaktel gebaut habe. Vielleicht muss ich das... Vielleicht ist das so ein Kasten, den ich nach vorne werfe und es baut sich auf. Das kann ja auch sein. Ich muss mal gleich im Schiff gucken. Ich meine, ich kann diese Schwebeplattform bauen. Äh... Abgefahren. Yeah. Ich werd mich jetzt nur noch so fortbewegen. Wir haben Zeit. Guck mal, warum die Andock-Module nicht so schön rot sind wie der Rest. Unverständlich. Das muss ich aber echt mal essen. Oh, ist noch dran. Ne, manchmal fällt er auch ab. Geil, guck mal. Geil. Ich meine, das kostet bestimmt viel Energie, oder? Hab ich irgendwo... Mach das mal gerade aus, so. Oh Gott, ich bereue es jetzt schon. Wow. Cool. Yeah. Ja. Guck mal, wie sich das gedreht hat. Geil. Hahaha. Ist das cool. Das habe ich wirklich noch nicht getestet. Also, das habe ich auch davor nicht... Äh... Gebaut. Und so. Vor dem Trash. Alles cool. Okay, alles klar. So, jetzt gucken wir nochmal wegen diesem bescheuerten... Das ist gar nichts. Wir haben hier... Das braucht Energie, ne? Das ist krass. Das braucht also... Kann ich die hier aufladen? Weil dafür haben wir noch gar keine Technologie, ne? Für diese Würfel oder so. Das kommt wahrscheinlich noch. Halt. Entschuldigung. So, jetzt gucken wir mal kurz. Nö, da ist gar nichts. Da ist gar nichts. Da ist gar nichts. Boah. Nicht das Ding in der Hand halten. Ich nehme mal lieber was anderes in die Hand. Das ist nicht gut. So, wir haben hier diese bescheuerte Plattform. Da. Schneefuchs-Schweberampe. Ich glaube, ich muss... Ich glaube, ich muss das an Land bauen. Weil da kann ich es hundertprozentig auch bauen drauf. Nur, ich muss mal gucken, was brauche ich denn dafür? Zwei Titanen und Kabelsatz. Alles klar. Äh... Wir müssen das mal an Land bauen. Und zwar vielleicht... Na gut, wir haben mehrere Locations, wo wir das bauen können. Guck mal, wir können es bauen... Äh... Äh... So, wir waren ja da. Da ist die Brücke. Und dann können wir hier lang... Okay. Ich meine, es würde auch gehen. Da war ich noch nicht. Da waren wir. Ich würde sagen, da ist auch diese Eiswand. Äh... Wir müssen einfach genug mitnehmen. Drei... Drei... Sechs... Ne, ein Titan ist das nur. Nicht drei. Eins, 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 zwei... Ich tue das mal gerade alles ins... Ins Auto. Und das war... Der Kabelsatz. Weil für die anderen brauchen wir keinen Kabelsatz. Und nochmal Titan. Okay, alles klar. Ich habe verstanden. Wir müssen aber davor natürlich erstmal nochmal... Ähm... Komm, ich tue alles, was wir haben da rein. Ist doch egal. Ne, warte mal. Es war nur... Wir machen es richtig. Das... Äh... Magnetit. Das, das. Schmieröl und... Batterien. Magnetit. Guck mal, jetzt haben wir euch gar nicht mehr. Jetzt haben wir hier alles reingetan. Okay, alles wunderbar. Dann machen wir das alles mal aus. Alles lösen. Und... Äh... Ja, ja. Okay. Nein, nein, nein. Halt, nein, nein. Wir brauchen ja noch mehr. Ja, ich muss ja... Das brauche ich ja bestimmt Strom. Ich meine, wir brauchen mindestens Solarmodule, wenn das überhaupt Strom braucht. Das kann auch sein, dass es gar nichts braucht. Äh... Quarz, Titan, Kupfererz. Ich meine, das können wir auch unterwegs finden, aber man weiß ja nie. Machen wir mal so. So. Ein bisschen mehr Titan, falls wir Dinges bauen müssen. Und... Äh... Ein paar Ersatzbatterien. Dann sind wir aufs Nummer sicher, ja? Ich könnte das auch... Alles hier rein lagern. Da weiß ich, wo ich... Oh, da passt nicht viel rein. Nevermind! Ach, hier passt auch nicht so viel rein. Dann machen wir halt noch mehr. Ist doch egal. Das gibt's doch nicht. Okay. Das muss auch hier bleiben. Der Pinguin. Und das bleibt auch hier. Wegen Platz. Und jetzt gehen wir nochmal... Jetzt müssen wir nochmal vollfressen. Ja, jetzt haben wir eine Stunde hier nur Zeug gemacht. Aber so ist das. Ich hab gesagt, ich stresse nicht mehr. Kein Stress mehr. Ja. Nur noch normaler Stress. Nur noch ein normales Hetzen. So, muss nochmal Wasser. Ich glaub, ich war vorhin mal hier dran, bevor ich die Aufdauer... Ne, doch nicht. So. 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 Egal. Egal, 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 egal. So. Wird schon reichen. Dann brauchen wir jetzt noch... Äh... Ja, nur noch Essen. Aber... Das müsste ja auch so gehen. Wir gucken mal kurz. Die Batterie nimmt man auch mit. Ne, das kann so alles bleiben. So. Toi, jetzt hab ich gar kein Wasser mehr und so. Komm, dann lassen wir die einfach im Inventar. Und ich würd sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder bei Subnautica, liebe Leute. Da geht's los... Zu, ähm... Zum, äh... Grünhaus. Zum Greenhouse. Und dann geht's nochmal hinten zur Hydraulikbrücke, würd ich sagen. Und dann gucken wir mal, dass die den Schneefuchs da aufbauen und so. Also, bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Haut rein! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, hör rein! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye! Untertitelung des ZDF für funk, 2017